Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Am Freitag steht das nächste Zweitligaspiel für Schalke auf dem Programm gegen Darmstadt und es ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. In den vergangenen Tagen gab es hier kein neues Newsvideo, somit eben dann heute erst alles kompakt zusammengefasst der vergangenen Tage, was es so zu berichten gab. Denn es gab die letzten 48 Stunden wirklich zahlreiche Diskussionen. Denn am Freitag setzte es für Schalke die nächste Pleite, die zweite Pleite in Folge. Nach dem nicht so wirklich guten Auftritt gegen Köln gab es einen nochmal schwächeren Auftritt gegen Karlsruhe und Schalke hat mit 2 zu 0 verloren. Allein deswegen sind die Diskussionen rund um Karel Gerraths erst recht in vollem Gange. Es gab ein Bekenntnis von Marc Wilmots und trotzdem die große Frage, wie sieht eigentlich Ben Manga diese ganze Geschichte und könnte es sogar so sein, dass es für Karel Gerraths am Freitag ein Endspiel geben wird gegen Darmstadt 98. Und dann ist eben auch die große Frage, wenn Gerraths gehen müsste, müsste dann auch Marc Wilmots gehen? Es ist eine Diskussion, die nicht nur von den Medien geführt wird, sondern mittlerweile auch von uns Fans. Und somit macht es natürlich auch dann Sinn, hier auf Schalke-Insel mal ganz genau darauf zu schauen. Aber wir schauen auch auf den Tempelmann, denn der ist heute wieder auf Schalke, wo es sogar noch am Deadline Day ein Angebot aus der 2. Liga für ihn gegeben hat. Somit sind das also heute unsere Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen natürlich erstmal los mit dem Blick zurück auf den vergangenen Freitag, aber auch mit dem Hinweis, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Kritik, Anregungen, dann schreibt das auch mal gerne in die Kommentare für den Kanal Schalke Insight. Und ja, dann gehen wir eben auch heute wieder rein in die aktuellen S04 News. Also, Karlsruhe war Freitag und Karlsruhe war ein Spielerfreitag, was sicherlich aus Schalker Sicht alles andere als erfolgreich war. Natürlich wusste man noch bei der betrachtenden ganzen Geschichte, dass Karlsruhe neben Düsseldorf das Top-Team ist der 2. Bundesliga, die zuvor aus 4 Partien starke 10 Punkte Gold hatten. Und trotzdem macht es dir logischerweise auch Hoffnung, dort was mitzunehmen. Alles andere wäre irgendwo auch komisch. Am Ende gab es aber eine, wie ich fand, vollkommen verdiente 0-2-Niederlage und natürlich auch dann viele Fragen bei den Fans. Also, es gab natürlich jetzt noch wieder dann diejenigen, die gesagt haben, lasst uns wirklich erstmal nochmal abwarten. Die Erwartungshaltung ist bei vielen teilweise noch zu hoch. Es gab auch dann die, die gesagt haben, es kann so nicht weitergehen. Ich orientiere mich da mal wieder so ein bisschen an die Mitte, weil auch mir hat vieles nicht gepasst. Was am Freitag mit dabei war, war das große Ganze jetzt schon wieder zu kritisieren, sehe ich persönlich noch nicht. Und nach dem Spiel gab es natürlich mal wieder einige Aussagen, die vielleicht auch dann dabei helfen können, das ganze Geschehen noch mal besser einzuordnen. Karel Gerritsch, der natürlich jetzt erst recht so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, hat sich nach dem Spiel folgendermaßen geäußert. Wir sind wie alle Schalker enttäuscht. In der ersten Viertelstunde war es ein starkes Heimspiel vom KSC. Danach haben wir bis zum Gegenteil in der Nachspielzeit sehr mutig verteidigt. Das 0-1 fällt so einfach und zu einem schlechten Zeitpunkt kurz nach der Pause. In den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs hätte Karlsruhe das 2-0 erzielen können. Leider hat Kenan Karaman bei seiner Chance den Ausgleich erzielt. Im Strafraum müssen wir effizienter werden. Und was mich da auf jeden Fall schon wieder sehr gestört hat und die Aussage eben auch impliziert, dass wir sowohl vor der Pause als auch nach der Pause große Probleme hatten. Es ist eine Thematik, die sich durch die letzten Spiele oder durch die ganze Saison von Schalke schon jetzt gezogen hat, dass unsere Mannschaft nach Pausen oder auch nach Momenten, wo man sich vielleicht sammeln kann, auch nach Trinkpausen beispielsweise, war das ja auch schon so, gegen Köln zum Beispiel, warum auch immer nicht so richtig sammeln kann, obwohl man eigentlich dann im Moment hatte, um sich zu sammeln. Und ich finde, dass das auf jeden Fall schon sehr auch kritisch zu betrachten ist und es da wirklich besser werden muss. Kenan Karaman als unser Kapitän hat das auch nochmal eingeordnet. Wir haben uns unter der Woche gut auf das Spiel vorbereitet, haben davon auch in der ersten Halbzeit vieles umgesetzt. Wir wollten kompakter stehen, die Defensive stabilisieren, indem wir die Ketten eng halten. Das ist uns in der ersten Halbzeit über Weiterstrecken gelungen. Das Gegentor vor der Pause darf so niemals passieren. Da müssen wir den Ball besser klären. Nach vorne war es zu wenig. Wir haben uns zu wenig Chancen herausgearbeitet. Bei der einen oder anderen Situation hätten wir den Abschluss suchen können. Das 0 zu 1 ziefen wir dann zurück. Danach müssen wir uns wieder herankämpfen. Nach einem 0 zu 2 wir ziehen Karlsruhe sehr schwer. Klar, das 0 zu 2 war wirklich dann der Endpunkt der Partie, wonach Schalke auch keine weitere Gelegenheit mehr so richtig gehabt hat. Aber man merkt natürlich auch schon sehr, dass eben dieser Mannschaft ein einfaches Gegentor, ein 0 zu 1 schon enorm zurückwirft. Auch das ist sicherlich ein Punkt, an dem man arbeiten muss, wo es ja auch dann auf der anderen Seite vielleicht aber auch helfen würde, nochmal aktiver, offensiver zu spielen, um selber auch dann mal das 1 zu 0 zu machen, um gar nicht erst in eine solche Drucksituation zu geraten. Ron Schallenberg hat sich dazu auch noch einmal geäußert. Wir hatten zwei, drei Situationen, in denen wir nicht abschließen, aber zum Abschletten kommen können. Beim 0 zu 1 waren so viele Spiele um den Ball herum, einer muss die Kugel einfach wegprügeln. Das wissen die Jungs selbst. Die Fans stehen hinter uns. Jetzt müssen wir wieder anfangen zu liefern. Denn ja, wir Fans stehen auf jeden Fall vollkommen hinter Schalke in der Mannschaft. Oder zumindest mal der Hauptteil der Fans steht sicherlich auch weiterhin noch dahinter. Es gab keinen einzigen Pfiff in Karlsruhe selber. Wäre für mich auch noch der falsche Moment. Oder generell bin ich eh nicht der große Freund davon. Und auch wenn natürlich jetzt vier Punkte nach fünf Spielen alles andere als gut sind, darf man auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Aufstiegsfavoriten wie Köln, wie Hertha auch nur drei Punkte mehr. Ja, also gilt gar nicht darum, sich damit zu vergleichen, aber auch die Stimmungslagen so ein bisschen zu vergleichen. Und deswegen hoffe ich schon, dass wir alle so ein bisschen Ruhe auch bewahren können, uns vernünftig aufstellen und dann vielleicht gegen Darmstadt auch tatsächlich liefern werden. Denn klar ist, gegen Darmstadt muss geliefert werden, auch erst recht bezogen auf Karre Gerrerts. Denn wir alle kennen Schalke, wir kennen aber auch mittlerweile die Mechanismen im Fußball. Selbst wenn du auf Kontinuität setzen willst, ist auch das erst recht bei Schalke schwer, wenn die Ergebnisse dann auch vielleicht mal zum Saisonstand ausbleiben. Denn ich persönlich hatte auch immer wieder während der Sommervorbereitung gesagt, dass ich nicht hoffe, dass wir früh in den Abstiegskampf reinrutschen, weil das direkt mal für Druck sorgen könnte und eben das schädlich ist für eine Entwicklung von jungen Spielern. Genau das ist aber jetzt erstmal eingetreten. Das heißt, wir brauchen jetzt in den nächsten Partien gegen eben nun Darmstadt, gegen dann Münster und auch dann zu Hause gegen Hertha sicherlich sechs, sieben Punkte. Also ich glaube schon, dass das mindestens mal her muss. Und dann gab es ja auch rund um das Spiel gegen Karlsruhe diese ganze Diskussion, Karel Gerrerts, Ben Manga plus auch da nochmal Marc Wilmotz. Denn es war ja so, dass Ben Manga, Karel Gerrerts während der Länderspielpause kritisiert hat für die Aufstellung, dass noch nicht so wirklich viele Neuzugierungen von ihm gespielt haben, die Talente vor allem noch keine so richtigen Chancen bekommen haben. Und deswegen wurde ja auch dann letzte Woche Montag ein Gespräch geführt von Matthias Tillmann, Marc Wilmotz und eben Karre Gerrerts über diese Situation. Und schon da war es klar, wenn eben dann Ben Manga aus dem Urlaub zurückkehrt, wird nochmal ein Gespräch geführt. Ben Manga hatte bis gestern Urlaub, er war in Italien, was auch vollkommen legitim ist, vollkommen normal ist für Kaderplaner. Und deswegen war eben auch in Karlsruhe nur Marc Wilmotz vor Ort. Klar ist, dass er eigentlich ohnehin Marc Wilmotz diese ganze kommunikative Arbeit für uns leistet. Und er hat dann eine Sache klar gemacht bei der What's, bei der Bild, bei allen Journalisten, die eben auch dann dort vor Ort waren. Ich will nur eins sagen, es gibt keine Trainerdiskussion. Auch wenn viele Leute anders denken, wir arbeiten weiter, es gibt keine Zweifel bei mir. Und die Zweifel bei Marc Wilmotz, die sind auf jeden Fall nicht da, aber auch das ist ein Zusatz, der durchaus wichtig ist. Und natürlich trifft nicht nur Marc Wilmotz die Entscheidung, wer Trainer ist, wer Trainer bleibt und welcher Trainer vielleicht da mal gehen muss, sondern eben auch die anderen Verantwortlichen. Und trotzdem finde ich es dann immer wichtig, in die Mannschaft reinzuhören, denn ich habe nicht das Gefühl, dass Spieler auf dem Platz standen, die gegen den Trainer irgendwie schon gespielten. Aber auch Kenan Karaman hat sich nach Abwürfe noch mal zu Karel Gerrads geäußert. Der Trainer und ich haben eine gute Kommunikation. Wir sprechen viel unter der Woche, versuchen gewisse Sachen anzusprechen. Am Ende müssen wir es auf dem Platz umsetzen. Wir müssen abstellen, dass wir solche Gegentore bekommen. Und trotzdem ist natürlich die ganze Diskussion da. Auch erst recht bedingt durch das Konstrukt Manga, Wilmotz und eben dann Gerrads. Wer baut da auf wen, welche Chancen liegen wo und wo sind auch dann die Möglichkeiten, für Schalke etwas zu verbessern. Denn klar ist, dass Karel Gerrads durch das Spiel gegen Karlsruhe intern wackelt. Das liegt aber nicht nur an dem Spiel, sondern eben auch schon zuvor an den Diskussionen rund um Ben Manga, auch wenn natürlich Marc Wilmotz versucht, Karel Gerrads zu schützen. Aber was eben auch klar ist, Marc Wilmotz und Karel Gerrads, die verstehen sich sehr, sehr gut, laut der Watz. Die sind wirklich auch ein Team. Aber Ben Manga gehört eben da nicht so richtig zu. Er hat unseren Trainer öffentlich kritisiert in der Schiepause, was überhaupt nicht von Nöten gewesen wäre, das öffentlich zu machen. Und dann hat ja auch Karel Gerrads direkt mal die jungen Innenverteidiger aufgestellt. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und somit ist auch das natürlich nochmal eine Fortsetzung dieser ganzen Problematik. Und deswegen könnte es aber auch, und da sind sich die Medien schon mal einig, am Freitag für Karel Gerrads sehr eng werden, wenn man gegen Darmstadt verliert. Ich glaube aber auch, selbst beim Unentschieden könnte es durchaus ungemütlich werden. Denn Manga hat auf jeden Fall laut der Bild den Vorstand von Schalke zu 100% hinter sich und eben auch dadurch mehr Macht als Wilmotz. Und somit wird sogar gemutmaßt, dass wenn Ben Manga eben dann sich dafür entscheiden wird, okay, wir müssen den Trainer wechseln, dass dann sogar neben Karel Gerrads auch Mark Wilmotz seinen Job verlieren könnte. Das sind wie gesagt nur Mutmaßungen, die eben auch dann von der Bild, von der Watz ein bisschen gesteuert werden. Aber wo man eben auch, finde ich, erkennen kann, und das war ja auch eigentlich schon vorher klar geworden, dass das ganze Konstrukt auf jeden Fall jetzt wirklich mal ein Gespräch braucht, um zu erörtern, in welche Richtung man auch dann gemeinsam gehen. Denn auch wenn natürlich eben dann Karel Gerrads eine Manga-freundliche Aufstellung gewillt hat, wie es die Bild ganz schön formuliert hat am Freitag, ist wohl trotzdem nicht ausgeschlossen, dass unsere Vereinsführung den Schwachen in Deutschland nutzen wird für einen Trainerwechsel. Auch wenn eben dann Mark Wilmotz erst einmal Karel Gerrads öffentlich den Rücken gestärkt hat. So wie die Watz auf jeden Fall weiß, wird es auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Darmstadt kein Trainerwechsel geben. Das Spiel soll Karel Gerrads ganz dann noch bekommen, weil eben auch der Verein an seiner im Sommer festgelegten Linie der Kontinuität festhalten will. Ich finde es auf jeden Fall auch richtig so, denn nach nur ein oder zwei etwas schlechteren Spielen schon wieder zu sagen, wir müssen alles über Bord werfen, halte ich auf jeden Fall für den komplett falschen Weg. Wenn wir jetzt jedes Jahr Spiele chancenlos verloren hätten, dann wäre es für mich noch mal was anderes. Und wenn das dann in den nächsten drei Wochen auch genauso weitergeht, wäre es noch mal was anderes. Aber für jetzt, wenn im Moment, halte ich es auf jeden Fall für einen Fehler, überhaupt das Thema so groß zu machen. Natürlich kann ich es verstehen, dass die Medien darüber diskutieren, aber auch wir Fans diskutieren darüber. Deswegen ist ja auch die Medien dafür da, das alles so ein bisschen zu kanalisieren und auch dann vielleicht nochmal mit weiteren Informationen eben auch zu versorgen. Aber natürlich ist diese ganze Lage auf Schalke schon auch kompliziert. Denn man muss auch kein großer Prophet sein, um eben auch dann zu sagen, dass vielleicht beim Manga nicht komplett hinter Karel Gerrads steht, wie es vielleicht Mark Wilmotz macht. Das ist aber, finde ich, auch gar nicht mal so schlimm, denn am Ende zählen für alle nur die Ergebnisse und das muss eben auch dann in den nächsten Wochen kommen. Und was ich mir einfach wünschen würde, auch in den nächsten Spielen eine Entwicklung zu sehen. In der Defensivarbeit, in der spielerischen Weiterentwicklung, was das Offensivspiel anbelangt und eben auch dann passend dazu Ergebnisse zu sammeln. Ich bin mir auch sicher, dass es das eine oder das andere bedingt. Also kriegen wir unsere Defensive in den Griff, kriegen wir auch dann im Offensivspiel nochmal deutlich mehr Kreativität und klare Abläufe rein, dann werden eben auch die Ergebnisse kommen. Und trotzdem muss man natürlich auch klar machen, Ben Manga wurde von unseren Verantwortlichen zum starken Mann gemacht. Er durfte sehr viel verändern und deswegen könnte es eben auch dann ungemütlich werden, wenn auch dann das gesamte Konstrukt schon am Freitag unseren Verantwortlichen um die Ohren fliegt, sollte man eben dort gegen Darmstadt nicht gewinnen oder vielleicht sogar verlieren. Also es ist eine heikle Woche auf Schalke. Es wird die nächsten Tage sehr unruhig sein. Das haben auch Karl Gerraths und auch David John Merkin schon am Freitag vermutet, dass es genau so sein wird. Und man kann sich sicher sein, ja, es wird unruhig bleiben auf Schalke, bis eben dann zum Spiel gegen Darmstadt, wo im besten Falle drei Punkte geholt werden. Wir haben aber nun nochmal wieder etwas sportlicher bei Betrachtung der neuen Trainingswoche. Denn ein Spieler, der fast schnell vergessen hat geraten ist, der ist heute wieder zurück auf Schalke. Und das ist Lino Tempelmann. 26 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, im vergangenen Jahr vom SC Freiburg zu uns gewechselt und in der Rückrunde schon teilweise nicht mehr berücksichtigt, plus auch dann im Sommer aussortiert. Es war so, dass Tempelmann Schalke verlassen sollte, das vom Vorbereitungsbeginn aber auch klar war, okay, Tempelmann befindet sich in der Reha, er war verletzt, er hat die ganze Geschichte in München absolviert, er war nur einmal vor Ort auf Schalke zu einem Gesprächstermin mit seinem Berater und nun ist er wieder da. Ja, er hat kein Interview gegeben, es gab keinen Social Media Beitrag, er hat nun auch wieder kurze Haare und ist auf jeden Fall wieder fit. Denn es gab einen Beitrag des Reha-Zentrums Korox aus Edling bei München, denn die haben mit Tempelmann in den vergangenen Wochen gearbeitet. Drei Monate haben wir mit Lino Tempelmann an seiner Rehabilitation gearbeitet und ihn therapeutisch und sportwissenschaftlich begleitet. Fazit, bereit für die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Und somit macht auch Tempelmann, wie die VATS berichtet, einen fitten Eindruck und ist auch somit wieder gesund. Das heißt, Tempelmann wird am heutigen Montag wieder mit der Mannschaft trainieren und, das hat er auch beim Manga schon zuvor klar gemacht, eine ähnliche Chance bekommen wie Tobias Moor. Also ist es nicht so, dass Tempelmann wie Dominik Drexler ein bisschen mittrainiert und dann nur noch individuell trainiert. Nein, Tempelmann hat auf jeden Fall die Chance, sich auf Schalke nun wieder zu präsentieren. Es ist gut möglich, dass er erst einmal zunächst individuell trainieren wird, weil er eben keinerlei Mannschaftstraining gab in den vergangenen Wochen. Und auch finanziell ist das eine durchaus interessante Geschichte, denn während man bei Ralf Femmer, der zum Beispiel Gehalt sparen wird, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird eben Tempelmann jetzt nicht länger von der Berufsgenossenschaft bezahlt, sondern bekommt wieder sein volles Schalke-Gehalt. Und das wäre wohl nicht nötig gewesen aus Schalker Sicht, denn am letzten Tag der Transferperiode gab es, obwohl Tempelmann verletzt war, sogar nochmal ein Leihangebot aus der zweiten Liga. Denn die SV Elversberg hatte Interesse nach Informationen der Wats an Lino Tempelmann, wollte ihn gerne auslernen und auch Tempelmann selber hätte das gerne gemacht, um regelmäßig zu spielen. Aber es gab eben dann keine Einigung. Somit bleibt Tempelmann mindestens bis zum Winter bei uns. Finanziell gesehen hat er natürlich gar keinen Druck, er hat auch einen Vertrag bis Sommer 26 und bekommt wohl ein Gehalt, laut dem Wats bis dahin auch in siebenstelliger Höhe. Klar ist aber für mich auch, ein fitter Lino Tempelmann kann uns helfen. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass Tempelmann uns weiterhin helfen kann, dass es jetzt auch ein Fehler wäre zu sagen, nee, nee, den setzen wir gar nicht mehr ein und den sortieren wir aus. Also hätte man ihn abgeben können, wäre es vielleicht auch für alle Beteiligten besser gewesen, aber wenn wir jetzt die Situation haben, dann hoffe ich auch darauf, dass Tempelmann eine faire Chance bekommt, denn sonst hätte man ja auch das Angebot von Elversberg annehmen können. Klar, vielleicht wollte man mehr Gehalt einschalten, als Elversberg geboten hat, aber da hätte man sicherlich auch schon eine ganz gute Lösung finden können. Und somit ist Tempelmann also wieder da. Heute beginnt das Training auch direkt beim öffentlichen Training um 10.30 Uhr. Wenn ihr das Video seht, ist das Training somit schon am Laufen. Und dann spielen wir somit rein vom Wochenablauf Freitag gegen Darmstadt. Und jetzt interessiert mich mal vor allem eure Meinung zu Karel Gerratz. Ob ihr denn glaubt, dass ein Trainerwechsel Schalke wirklich helfen würde? Also wäre das eine Möglichkeit, wodurch alles besser wird? Ich habe da auf jeden Fall meine Zweifel, deswegen bin ich auch der Meinung, wirklich Karel Gerratz auch die Chance geben, in den nächsten zwei, drei Wochen ganz klar auch einen Entwicklungsschritt herbeizuleiten. Das heißt nicht, volle Punktzahl oder überragender Fußballer zumindest mal eine Entwicklung auch in spielerischen Elementen in der Verteidigung zu sehen. Aber vielleicht sieht ihr das auch anders und sagt, nee, nee, es würde schon wirklich Sinn machen, jetzt dort einen Schlussstrich zu ziehen oder auch dann wirklich zu sagen, wenn es gegen Darmstadt nichts gibt, dann einen Schlussstrich zu ziehen. Also schreibt dazu und zu allen anderen Themen mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.